Was wir hier so haben, als wir der Name eines Pferdes auch niemals wetten sollten. Okay, wählt euren Favoriten. Das ist gemein. Ich wollte schon sagen, genau so heutzutage wie der Nächste. Der Nächste. Wenn du Blut hustest, solltest du dir Sorgen machen, aber wirklich Angst solltest du bekommen, wenn du das hier hustest. Oh, da wüsste ich, was ich... Ah, ich weiß, was ich wieder da. Das ist so klar. Was? Leute, wenn Easy die Lustigste ist, dann haben wir ein Problem in dieser Partei. Nein, Mann. Du hast dann ein Problem. Wahrscheinlich.